so und damit herzlich herzlich willkommen zur nächsten folge bei rise of venice wir werden noch mal gucken zu unterwegs bevor wir uns auf die suche nach unserer entführten ehefrau begeben wollen wir noch mal gucken dass wir die einen oder anderen waren noch mal verkauft bekommen wird man nicht mit zu viel ware an bord noch mal durch die gegend schippern hier wobei erwartet mal das lassen wir mal leiden kommen glaube ich ganz gut verticken in venedig so das sieht gut aus haben wir noch mal platz für 600 waren werden wir noch mal ganz kurz zum schwarzmarkt siegen der hoffnung dass man vielleicht noch mal kleidig hätte ich hier nicht erwartet da wollen nämlich noch mal gucken überall noch mal ein bisschen was verticken die gelegenheit mit dem schwarzmarkt müssen halt immer so viel auskosten wie geht so ein klein bisschen kleidung scheinbar nämlich dazugekommen zu haben aber gewürze so das sieht nämlich schon mal ganz gut aus das sieht nämlich schon mal sehr sehr gut aus und dann haben wir wieder ein bisschen laderaum 400 noch das hast du nun davon die sollen mal aufhören mich zu sabotieren hier glaube ich das na super jetzt dürfen wir nicht nach venedig rein ganz toll also euch hätte ich hier nicht erwartet es gibt nachricht aus ackern so bei allen familie minus fünf ernsthaft darf ich sie nicht mal angreifen zu unverschämt das ist ja unverschämt ich darf mich nicht mal revanchieren machen wir mal eins wir gucken mal in der taverne hat sich etwa jemand unsittlich verhalten so wir müssen müssen mal gucken wie der heißt tron hieß der glaubischen hat sich etwa jemand unsittlich verhalten so machen wir mal wehen soll ich für euch aufs kreuz das sind ganz schön vielen städten an sich alter so guck mal werden wir mal feuer mit feuer bekämpfen das spiel können nämlich auch zwei spielen ist man so schön heißt er meint er muss uns hier mit sabotage entgegen kommen dann werden wir uns diesen gefallen einfach mal erwidern der schwarzmarkt ja hatte ich schon ganz schön bezahlt die macht wieder jede menge ware die wir hier wieder verkauft kriegen wir haben wir den rest glaube ich auch noch im holen jetzt haben wir hier ein schiffsbrüchiger also euch hätte ich hier nicht erwartet dann haben wir uns den schiffsbrüchiger hier auch noch wieder einer aus tripulissen 50.000 natürlich jetzt ein nächstes problem dass uns das fünf prozent ansehen bei allen familien gerade gekostet hat die aktion mit dem versuchten überfall so aber wir haben auch wieder ein bisschen was an kleidung bekommen sind zwar immer bloß kleine bestände aber auch die können wir in venedigheit wieder gut und das volk bringen so gleiches spielchen noch mal glaubst du ich weiß nicht wo das herkam verdammt also euch hätte ich hier nicht erwartet das ist natürlich ein bisschen ärgerlich jetzt dass das nicht geklappt hat da will man sich einmal rächen und dann haut das nicht mal hin das ist ganz klare spieler mobbing dürfen uns nicht mal militärisch wehren und dürfen uns auch nicht mal mit gegen sabotage wehren ganz schön mobbing gut sich ja gerade mit den wahren ordentlich kommen die letzten waren auch noch mitnehmen dann kommen wir uns auf den rückweg machen schwarzmarkt scheint sich wieder verabschiedet zu haben naja aber wir haben unseren bären anteil daran bekommen denke ich wir sind jetzt fast bei sieben millionen da können wir uns auf jeden fall nicht beschweren da können wir uns wirklich nicht beschweren da haben wir ein ganz gutes oder einen ganz guten gewinn bei gemacht ich hoffe mal dass wir schon wieder nach venedig rein dürfen haben wir extra eine ganze menge an fracht für venedig dabei es wäre jetzt ein bisschen ärgerlich wenn wir jetzt nicht in die stadt dürften so wie sieht es in syrakus aus ich hoffe mal in syrakus dürfen wir auch schon wieder rein das wäre jetzt nicht so schlecht so können wir auch wieder einiges löschen relativ günstig stoff gerade bekommen müssen wir gar nicht mal so schlecht so dann bin ich mal gespannt ob wir nach syrakus schon mal wieder rein dürfen aber sieht so aus so gucken mal kommen wir den auftrag vielleicht noch mitnehmen könnt ihr uns bei einer sache aushelfen wir hätten zwar wird aber a nicht genügend und wie würde ich die eigentlich für venedig aufheben ist mir momentan erst mal ein bisschen wichtiger und zwar die viele venedig mitnehmen explodierte mal so ein bisschen dezent massiv hergerade so dann werden wir mal auf direktem weg nach venedig segeln ernsthaft ich darf immer noch nicht in die stadt du ratz so hat probleme hoffen wir mal dass das jetzt nicht mehr allzu lange dauert hoffen wir mal stark dass das nicht mehr allzu lange dauert dauert dass man bald wieder in die stadt rein dürfen das wäre jetzt schon ein bisschen eklig muss ich gestehen so haben wir auf jeden fall schon wieder jede menge metall waren dabei was gut ist wir werden auf jeden fall unsere seite ganz gut los weil das auch wieder weg war auf der moderation relativ hohe produktion erreicht haben wir haben trotz alledem unsere bestände relativ gut los na auch eine größere stückzahl sieht gar nicht mal so schlecht aus so darf ich langsam mal wieder in die stadt rein wie sieht es denn aus ah ja wunderbar gut euch zu sehen denn wir haben ein problem 345 seile sind natürlich bei weitem nicht das sieht auf jeden fall schon mal gut aus gesagt ein bisschen ruft doch mal dadurch auch wieder bekommen haben bei der einen oder anderen familie durch den verkauf von leidung und auch von und sei allerdings von gewürzen so würde ich was sagen wenn wir uns erstmal auf die suche machen also ich zustimmung sah schon mal besser außen kann meine familie euch beauftragen farbstoff achten das nützt uns nicht viel so die große frage ist ob wir noch mal ein schiff kurzzeitig mal auslagern würde ich was da macht sogar sinn hat man mal eine kriegsgegatte mit rüber oder zwei wir machen wir nur die eine so und natürlich gucken dass wir wieder ein schiff als dings reinpacken dann haben wir die kriegsvergärten drinnen gut dann reparieren wo ich noch mal ganz kurz sofort fertig und da gucken wir auf einigen noch mal was unsere bauaufträge sagen so laderum durften wir eigentlich schon genügend bald haben na wobei 200.000 fehlen noch so und dann werden wir uns mal auf den weg machen gucken wir nochmal wo genau das war so seegebiet zwischen tunis und candia hat der schon wieder versucht uns zu sabotieren hier glaube ich das es gibt nachricht aus venedig also irgendwo in dem seegebiet hier müsste er unterwegs sein richtung tunis und wir mal gucken ob wir den irgendwo auftreiben können wir haben eigentlich einen relativ großen sichtradius ne also normalerweise müsste man den wenn wohl relativ gut ausfindig machen können würde ich mal meinen und braucht unser öl der spieler losgeworden fliegel wärmer auch los wunderbar und die zonen haben wir mehr als genug problem ist natürlich dass das das ganze seegebiet sein können bewegt sich im südlichen mittelmeerraum bisschen verschiedenen verstecken wie ich jetzt auch so eine frage natürlich auch bedeuten dass es irgendwo hier unten lang fährt wahrscheinlich gar nicht mehr so einfach sein wird glaube ich gar nicht mehr so einfach werden wie ich mir das vorgestellt habe mit dem konvoi ich bin jetzt stark davon ausgegangen dass das einfach nur piraten konvoi ist aber wenn er bei verstecken hin und her fährt wir haben wahrscheinlich erstmal so mehr oder weniger die verstecke aus ausfindig machen müssen um zu wissen wo genau die hin und her segeln kann natürlich jetzt überall auch hier irgendwo an der küste sein das ist der konvoi mit deiner frau entere das größte schiff oder machen wir das mal drei schiffe so dann wollen wir mal dann gehen wir mal überall auf mann über bord mann über bord das sieht schon mal gut aus jetzt sind sie weniger als wir wir können was einsammeln mann über bord so wir können sie über er hat sich nicht festgehalten gucken wir mal dass wir das erste schiff schon mal ausnehmen angriff ja gut ich habe was verloren wir sind aber wieder zu schnell wir können was einsammeln wir haben niemanden verloren so ziel getroffen so und dann müssen wir jetzt hier gucken wir können sie über rennen haben wir es gewonnen haben wir sogar alle drei einfach mal geschnappt alles du hast eine maria wohlbehalten wieder nun bringe sie zu einem deiner kontore so müssen wir mal gucken organisieren wir haben ja noch ein paar andere kriegsfregatten drinnen gucken wir mal dass wir die beschädigsten schiffe erstmal ein bisschen austauschen sieh mal in zara nach haben wir zumindest ein repariertes schiff wieder mit drin gefährliche aktion damit streumunition reinzuschießen hätte durchaus auch unsere frauen dabei treffen können aber glück gehabt dass das so gut ausgegangen ist eine ewigkeit vergeht bevor giacomo in der lage ist seine geliebte maria endlich loszulassen nun da seine frau sicher ist brennt er darauf endlich den offenen kampf mit den luredan zu suchen und gemeinsam mit dem dogen francesco foscari den verräter zu enttarnen umso schlimmer trifft ihn die nachricht dass foscari sein mentor und verbündeter an einer geheimnisvollen krank gestorben ist obwohl giacomo keine details erfährt weiß er wer den alten mann auf dem gewissen hat der rat hat andrea vendramin den momentanen vorsitz übertragen und angekündigt dass die wahl eines neuen dogen in kürze stattfinden wird der plan der luredans wird aufgeben entweder sie werden selbst den neuen dogen stellen oder eine marionette auf dem tron heben giacomo wird das verhindern müssen wenn er in venedig noch eine zukunft haben will denn er steht bei den luredans längst auf der abschussliste diese schlangen schrecken also auch vor feigem giftmord nicht zurück doch wir haben jetzt keine zeit für trauer wenn wir venedig noch retten wollen bald ist die wahl des neuen dogen und du musst dich beeilen wenn wir den luredans nicht den vorsitz überlassen wollen du musst einer spur folgen die wir von einem informanten erhalten haben doch sei vorsichtig es könnte auch eine falle sein mhm ja die ereignisse überschlagen sich meine freunde das ist aber tatsächlich ein guter punkt um eine kleine folgenpause zu machen wir haben leichte überlänge durch die see schlacht gerade ihr seht also auch die nächsten folgen bleiben spannend wir laufen immer mehr so ein bisschen auf das große duell mit den luredan weiter hinten hinzu und dementsprechend wahrscheinlich auch so langsam aber sicher richtung finale also unbedingt weiter dran bleiben gerne wieder fleißig kommentieren und bewerten und dann sehen wir uns schon sehr bald hier in der nächsten folge bei rise of wenn es bis dahin immer eine handbreite wasser und am kiel und auch siau … … … … Untertitelung des ZDF, 2020